Herzlich willkommen zum nächsten Teil unserer Schnitzeljagd. Ich bin Ramona Tomala, Studienbotschafterin der Martinutter Universität Halle-Wittenberg. Wo wir heute sind, dreimal dürft ihr raten. Wir sind eingeladen worden vom Operndirektor der Oper Halle. Er steht hier auch neben mir. Das ist der Herr Axel Köhler. Hallo. Hallo Ramona. Wir sind hier heute weit im Opernhaus, stehen mitten im Bühnenbild für das heutige Musical. Dieses hat auch etwas mit der Frage zu tun, die Sie unseren Teilnehmern gleich stellen werden. Genau. Dieses Musical wird auch am 9. April, wenn ihr hier sein werdet, zur Open Universe City seine Aufführung erleben. In demselben Bühnenbild, wie hier auch. Und nun meine Frage an euch. Wie heißt dieses Stück? Na dann macht euch mal schlau. Auf der Homepage der Theater-, Oper- und Orchester-GMBA Halle. Dort findet ihr nicht nur die Antwort auf die heutige Frage, sondern auch die eine oder andere interessante Veranstaltung, die ihr während eures Aufenthalts hier in Halle bei Open University am 9. und 10. April besuchen könnt. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.